kamani asana eine asymmetrische sitzhaltung beginne im langen sitz dann beuge das rechte knie gibt die fußsohle auf den boden und halte das knie oben in der luft dann beuge auch das linke knie spreize das linke knie zur seite und wenn möglich gibt das linke knie auf den boden dann halte dabei die füße so dass sie sich berühren fasse mit den fingern der rechten hand und den rechten großen zeh halte dabei die ellbeuge an der außenseite des beines fasse mit den fingern der linken hand um den groß zeh des linken fußes richte dich dabei ganz auf lächel schaue zum punkt schau zur nasenspitze hin und fühle dich ganz meditativ und ruhig die großen zehen sind die reflex punkte des ajna chakras diese werden auf diese weise stimuliert und so kannst du dich gut konzentrieren auf dein drittes auge schau